Okay Ey, war's doch klar, dass du nochmal rumbreath... Nein, 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 da will ich rein, da will ich rein, da will ich rein Oh Ich dachte wieder, ich fall wieder komplett an der Crew vorbei Viktors Krone, was macht die? Erhöhnt die Massimäanzahl von Planken? Ich bin jetzt plötzlich mit dem roten Meisterstein Okay, warte mal kurz, nur kurz Hier wirken jeder gesammelte Magie-Viole um 10 Ups, das ist noch nicht Ähm, maximal das Mana, ja, senken, nah verborgen So So So, was haben wir denn hier? Kepa ist nichts Gutes, auch doch Au Au Natürlich Dann Yes Ähm, guck mal, die kann ich glaube ich auch machen Okay Was ist denn hier? Ach, guck mal, das Neuner Hm Nein, nicht daran Schöpeding Ein super Dreieck, was ich immer male Ich weiß Hopp und hopp Hopp und hopp Hopp und hopp Und hopp Warum auch immer Was heißt denn die Zahlen da? Brennen, fangen wir überwürdig Oh, ja Hammer oder furcht Frostgegner Ah Arm Down smash Okay Okay Okay, was haben wir denn hier? Mach immer mal hier rankommen Hm Alter, du rutschst aber auch runter Wie bei so einer Rutsche Alter, hör auf da so hart runter zu rutschen Wie soll denn das? Nein Ähm, oh, guck mal So, jetzt gibt's wieder das Maul Hier Boah, super, bam Kittert aus dem Maul Oh, ja Ah, ja Natürlich Macht Sinn Ist auch ultra fair Ah Okay Wohp Mal, können wir den anheben, bevor ich draufstehe Oh, okay Lauf Aber nicht ins Feuer Mager ist tot Shit Ah, ist ne Bobbel Warum ist da unten ne Bobbel? Braucht niemand ne Bobbel Alter 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 Natürlich Breast du mich hier an Äh Äh Kommt, ich kann nämlich nicht durchquetschen oder was Ja, hab sie Hab sie Alles gut Uh Ja, nee Nee, gar nicht Totologen, Bitch Okay Wird er hier getroffen? Stimmt nicht Doch Nochmal Und zwar nach da Yes Ähm Gucken wir einfach mal, was da drüben ist Okay Schieb mal rein Und ein bisschen Lava kannst du raffen Ey Ich kann mich gar nicht treffen Da Ich wusste, dass da oben ne Bobbel ist Ich wusste es Wuhu Fuck Okay Passt, passt, passt Ach, da ist noch einer Yay Wow Okay Guck mal, wie das Seil einfach Durchgeht Ach, Alter Mädel Du hast doch gerade irgendwo da oben festgelegt Guck mal Wir schwingen uns jetzt mal hier so richtig Hinter Durch die Durch die Äh Plattform Äh Äh Ja Ja Es ist Richtig Braucht man Nein Nein Mann Ey Boah Tata 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 Warte mal auf dich an irgendwas dran zu gräbeln Was ja nicht da ist Ey Gute dann Ding Ding Ich bin dumm Kann mir den Enderhaken nicht mehr so einsetzen wie der Rest das restliche Spiel Oh mein Gott Da, guck mal, über dir Genau daran Oh, nicht so schwierig So Wo willst du hin? Mit deinem scheiß Enderhaken Da ist doch gar nichts Nee Überlegen Gute Ding Hat dir passt Ah, ist wohl Plan Äh Ich jetzt hier rein Ding Bang Ruf, 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 ruf Hilfe Hey Okay Ruf, 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 ruf ins nichts er ist irgendwas woran ich mich fest können kann aber ich treffe es nicht doch getroffen so wo bist du okay besser werde passt nicht gut wir müssen auf den turm klettern ich habe ein schlechtes was ich hier mache ich jetzt was ich sieben als unsere helden die stufen empor stiegen fuhr ihnen eine eisige kälte durch die knochen und die geräusche der schmiede waren verklungen zu still und dann hörten sie die stimme hat die stimme die turm stimme das fühlt sich nicht gut an ja mr emotions man danke für den alter du bist der geld die ganze zeit gefeiert hat wenn ich gefehlt habe äh ok nicht gegen dich kämpfen what the what the fuck au mal teilen die äh geh mal weg kaputt gemacht wieso kannst du morgen sterne erstellen kann ich nicht au 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 na da 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 nanada na na da hey sind wieder ganz drücken mann und hat den ich nicht brauche aber das ist eine energiebubbel na Ja, was er macht. Er malt ja richtig wild. Ups, da rollen wir hin. Ich zeichne hier gerade. Da! Mädel! Alter! Wie wär's mit noch einer Etage weiter unten? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist immer so mega knapp. Lass mich doch mal in Ruhe da drauf so. Das will ich doch bis haben. Mein Gott. So, so. Au. Eih. Nein. So. Wollte ich es im Eiligen machen. Aber okay, da wird der Eiligen. In der Bubble kommen wir eh nicht. Die da entkampft hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Das ist ja das, ne? Das ist ja das. Das ist ein bisschen weg. Okay, okay. Nein! Mann! Ich geh kaputt! What? Alter, hier, Skelette raining from the sky. Na? Wolltest du was machen, ne? Achta! Okay. Alter! Ja! Ja, du bist auf der Ecke hängen geblieben, weil... Kann ja nicht so dumm sein, da jetzt von da ganz oben rüber runter zu fallen. Ach, bin ich. Ich... Mein Gott, lauf! Da ging han! Au! Super! Super da! Hüpf! 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 Da will ich noch nicht hin! Mann, ich hab ja gesagt, da will ich noch nicht hin! Au! Okay. Äh... Zauber! Oh! Ah! Oh, hier ist... Hier ist... Warum ist hier Lava? Klasse! Volle nicht mehr. Ja! 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 Ja!